So, hier ist Christian Hemmschenmeyer, Paterapeut, Psychotherapeut bzw. Coach und diesmal wieder im Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ich habe dir gestern angekündigt, es gibt immer noch die mega krasse Aktion mit meinem Kurs Spiritualität und Nice Geiles Leben, weil ich finde, er passt. Es passt gerade so gut in die, ja, wahrscheinlich jetzt Lockerung des Lockdowns und die neue Zeit danach und, ja, die gibt es also fast für die Hälfte bis Sonntag, findet ihr auf liebeschiff.de und auch so ein Kombi-Offer mit der Selbstliebe-Challenge, wie ja ganz viele Leute sich angemeldet haben und dann ganz viele Alte mitmachen, geht am 1. Mai los, wenn du das Video ein bisschen später guckst, kannst du sicherlich auch noch mitmachen. Das verschiebt sich dann einfach entsprechend nach hinten, aber das machen ganz viele so. Ja, Thema heute, mein Partner hat sich ein Hintertürchen offen gelassen. So, eine Nachricht von Refienka, meine Russin, nein, Güte. So, hallo, ich habe meinen Partner auf einer Weltreise kennengelernt, wir waren damals vor über zweieinhalb Jahren ein paar Tage miteinander, hatten wir verbracht, bevor jeder von uns seine Reise fortsetzte. Wir hatten die drei folgenden Monate ständigen Telefon-SMS-Kontakt und haben uns dazu entschieden, uns wiederzutreffen, um uns besser kennenzulernen. Ich bin also in die innere Mongolei gezogen, also war jetzt nicht die innere Mongolei, aber nur mal so als Land. Dort angekommen haben wir natürlich Zeit ineinander verbracht, uns in Person besser kennengelernt und eine Beziehung gestartet. Wir lebten in einem kleinen Dorf, 300 Einwohner. Da ich zu ihm gekommen bin, hat er hier natürlich schon vorher gelebt, circa ein Jahr. So wie es in kleinen Dorfern ist mit hauptsächlich jungen Backpackern, jeder mag Gossip. So erfuhr ich schnell, wie aktiv mein Partner mit anderen Frauen vor mir war. Also das allein ist ja, sagt er jetzt, also ich meine, ist halt so wie es ist, ne? Aber man darf natürlich immer gucken, ob man so ein bisschen auf Bad Guys steht, irgendwie. Ohne Bewertung jetzt. So, viel habe ich mir daraus nicht gemacht, da jeder seine Vergangenheit hat. Genau. Allerdings hat mich eine Geschichte etwas verunsichert. Und zwar hat er wohl vier Wochen bevor ich gekommen bin, eine andere Frau mit zu sich gebracht und natürlich mit ihr geschlafen. Ich fand das ziemlich scheiße, dass er während wir geschrieben, telefoniert haben und geplant hatten, dass ich zu ihm ziehe und einer anderen Frau was hatte. Ja, also erstmal, jetzt muss man natürlich sagen, die Beziehung hat da noch nicht begonnen, ne? Jetzt, also ich kann verstehen, dass das so ein Geschmäckle hat und ich empfehle ja tatsächlich beim Dating super strenge Standards zu haben, irgendwie. Und mit super strengen Standards hätte man vielleicht da gesagt, oh, das ist mir alles zu dirty, was dir vielleicht einiges erspart hätte. Aber wenn man es mal ganz streng sieht, naja, ihr wart nicht zusammen. Kann er natürlich machen. Und die Frage ist tatsächlich, ob du jemanden, den du kaum kennst, ob du dahin fährst, um auch da zu bleiben, ob das eine gute Idee ist, so, ne? Aber hinterher ist man immer schlauer. Aber gut, aus solchen Sachen kann man jetzt du oder die Zuschauer, kann man ja mal lernen dann. Und weil das unser ganzes Leben ist ja immer, gibt es immer ein nächstes Level, so, ne? So, ich fand das ziemlich scheiße, ja. Ich habe es aber akzeptiert, weil es ja noch vor dem Start der Beziehung war und unsere Beziehung gut lief. Circa sechs Monate später habe ich herausgefunden, dass er immer noch mit dieser Frau schreibt und Fotos verschickt. Er hätte vergessen, seine Einstellungen zu ändern und eine Nachricht kam an, dass wir zusammen an seinem Handy waren. Ja, da muss ich ganz klar sagen, also da habe ich jetzt, da hätte ich jetzt überhaupt kein Mitleid. Und da ist wirklich Trennungskompetenz gefragt. Da muss man wirklich sagen, also entweder du sagst, okay, wir haben ab jetzt eine offene Beziehung. Irgendwie offensichtlich kannst du nicht treu sein. Oder du sagst, äh, das war's. Was willst du denn da sagen? Also er hat dich belogen, äh, nach Strich und Faden und, ähm, ja. Da, also, da würde ich sagen, also ich würde an der Stelle sagen, also entweder würde ich sagen, okay, wir haben jetzt eine offene Beziehung, jeder kann, äh, offensichtlich, hatten wir es schon vorher, ich wusste es nur nicht. Ähm, oder, äh, du lässt es. Äh, aber es ist auch die eine Sache, ob man, ähm, nicht in einer monogamen Beziehung leben will irgendwie und ob man den anderen darüber, äh, ob man das sozusagen im Hintergrund lebt und dem anderen nicht sagt irgendwie. Aber gut, das Leben ist halt bunt und ich will das jetzt auch nicht beurteilen, aber du darfst es natürlich für dich beurteilen, so, ne. Ähm, gut. Natürlich wollte ich den Verlauf sehen und war geschockt, er rechtfertigte sich damit, dass er einfach nicht wusste, wo die Beziehung hingeht. Ja, weil da würde ich jetzt wenigstens von jemand, der ein bisschen Bewusstsein hat, würde ich es erwarten, dass er sagt, ja, war total scheiße. Ja, ich hab total scheiße gebaut. War voll scheiße. Das ist das Mindeste. Aber dann zu sagen, ich wusste ja nicht, wo die, ach, ich wusste gar nicht den Ehering, den wir gekauft haben, ob der wirklich, ob das wirklich ein Ehering war oder nur, ich wusste ja nicht, also, oder, oder, ich wusste ja nicht, dass, weil du hier wohnst, dass du überhaupt, dass wir überhaupt richtig zusammen sind. Wollte ich das wissen? Also, das ist schon so ein bisschen Gaslighting-mäßig so, ne. So. Ehrlich weiß, also, wo die Beziehung hingeht, mich nicht gut genug kennt, von einem anderen Land hin, von einem anderen Land bin und ehrlich weiß, ob ich bleiben will. Das ist so ein kompletter fucking Bullshit. Das ist, also, das finde ich einfach nicht gut, ne. Also, da muss man vielleicht sagen, okay, ich bin halt der Typ, der mit mehreren Frauen was parallel hat, ist so, ähm, und meinetwegen auch, ja, ist jetzt aufgefallen, okay. Aber dann zu sagen, ich wusste es nicht, wusste ich gar nicht, wenn du sechs Monate hier bist, bis du hierbleiben willst, vielleicht hast du ja daheimlich schon ein Rückfluchticket gekauft, aber wo sollen die Beziehungen hingehen, wenn wir sechs Monate zusammen sind? Vielleicht haben wir gar keine Beziehungen. Seht ihr, das ist in Deutschland ganz anders, vielleicht habt ihr da noch viel Ehe und ich wusste, das weiß ich doch gar nicht. Also, ja, naja, okay. Gut, er hatte sich sozusagen an der Hintertür aufgelassen, ich trennte mich von ihm. Oh, gut. Hätte jetzt gar nicht mitgerechnet. Okay, die folgenden Wochen gab er sich Mühe, mich zurückzugewinnen und mir zu zeigen, wie sehr er die Beziehung wollte und nach langem Hin und Her versuchen wir es nochmal. Ja, ich kann es, also, ich weiß, wie man zu sowas kommt, ist es eigentlich Quatsch, weil er hat ja gezeigt, wie er ist, also er ist halt nicht loyal und nicht eilig und das ändert sich jetzt nicht nach ein paar Wochen, ne. Zumindest nicht, wenn man das so rechtfertigt, wenn man jetzt wirklich sagt, oh, ey, wie konntest du eine Scheiße bauen, es tut mir total leid und... Aber wenn jemand sagt, äh, ich kann doch nicht wissen, wo soll die Beziehung gehen, ja, das ist... Dann, ähm, muss man vielleicht akzeptieren, dass der Mensch so ist, wie er ist, ne. So, ein paar Wochen später sagt er ja zum ersten Mal, dass er mich liebte. Ja, die Worte, ne, müssen natürlich auch Taten folgen, ne. Wir zogen zusammen in eine andere Stadt und starteten neu. Jetzt sind wir über zwei Jahre zusammen und hatten die letzten anderthalb Jahre, habe ich seine ganzen Launen ausgehalten, wenn wir einen großen Streit haben und ich nicht nachgebe, droht er mit mir Schluss zu machen. Tja, dann sagst du ja, mach doch, es mir doch egal. Mach doch Schluss. Lass dich nicht, lass dich nicht bedrohen, na. Also, wenn ich ihn über unsere Zukunft gefragt habe und es ihm zu schnell ging, das passierte circa alle vier bis fünf Monate. Ja, gut, also er muss nicht das wollen, was du willst, ne. Aber du musst dich natürlich fragen, ist das die Beziehung, in der ich sein will, ne. Oft habe ich mich gefragt, wieso ich ans andere der Welt, andere Ende der Welt gezogen bin, wenn jemand mich so behandelt. Ja, das kannst du auch in Deutschland haben, das stimmt. Versteh mich bitte nicht falsch, es gibt so viele tolle Momente zwischen uns. Ja, ähm, ja, an der Stelle sage ich immer was in meinen Sitzungen, was man, glaube ich, auf YouTube nicht sagen kann, aber, äh, sagen wir mal so, jeder Mensch hat tolle Momente. Das ist halt die Frage, was ist so das durchgängige Muster, so, ne. Wir sind sehr aktiv, erleben viel und wenn wir keine schwere Situation haben, läuft alles super. Die dauerhaften Drogen haben mich nur sehr unsicher gemacht. Ich weiß einfach nicht mehr, ob es das Richtige ist, in dieser Beziehung zu bleiben und es weiter zu versuchen. Ja, leider ist es so, wenn man schon mich gefunden hat und solche Fragen stellt, naja, das ist an sich schon immer so ein Indikator, aber egal. Gut, da war gut, das alleine ist natürlich, ähm... So, bis er endlich bereit ist oder ob das niemals passieren wird. Äh, naja, also auf irgendwas warten ist immer eine schlechte Idee. Okay, also, ähm, ich würde davon ausgehen, dass es so bleibt, wie es jetzt ist, ne. Wird er sich jemals zu 100% für die Beziehung entscheiden? Also, wenn das nach drei Jahren noch nicht klar ist, dann wird es auch in sieben Jahren nicht klar sein. Mit Kindern, Hochzeit und so weiter. Ja, selbst wenn ihr die Kinder in Hochzeit hättet, was wäre denn dann? Also, wäre er noch ambivalenter wahrscheinlich. Ähm, ja, vielleicht seid ihr einfach nicht kompatibel. Vielleicht möchte er was Lockeres haben. Lockeres. Und du eben Kinder in Hochzeit, dann passt das vielleicht einfach nicht, ne. Heute habe ich dann erfahren, dass er während unserer Kennenlernphase, wie vorher beschrieben, noch mit mindestens vier weiteren Frauen was hatte. Äh, ja. Also, wie gesagt, was er vorher der Beziehung gemacht, ist seine Sache, aber er hätte dich angelogen, hätte dich jetzt mehrfach krass ins Gesicht gelogen irgendwie. Und hatte offensichtlich, finde er das völlig in Ordnung. Also, das würde mir schon zu denken geben, so, ne. Jetzt komme ich mir total dumm vor, als ob ich die einzige dumme Frau bin, die bei ihm geblieben ist. Ne, du bist nicht dumm. Denk dich in solchen Kategorien. Das ist alles, alles ein crazy Abenteuer, was wir hier erleben. Und, ja, weiß ich nicht. Und das Leben geht immer weiter. Aber willst du wirklich diese Beziehung mit jemand, der dich anlügt? Wir hatten damals nach dem Vorfall darüber geredet und er meinte, es gab keine anderen mehr. Ja, aber wenn dich jemand zweimal belogen hat, also erst war es keine, dann war es eine, dann war es vier, dann könntest du auch acht, sechzehn oder zweiunddreifig sein, das weißt du nicht, ne. So. Jetzt zweieinhalb Jahre später erfahre ich, dass er gelogen hat und frage mich, was ich tun soll. Also, ich kann dir das letztlich nicht sagen. Gut, man kann ja, du kannst auch immer nochmal eine Session machen oder so oder auch da vor Ort bestimmt, wenn du da noch mehr brauchst. Aber, also jeder macht Fehler. Aber du musst nicht jeden Fehler mitmachen so und da bleiben, ne. Und, also so richtig krass anlügen wäre für mich ein Dealbreaker. So. Also, ich könnte eher verzeihen, wenn jemand sagt, irgendwie, oh Gott, weiß ich nicht, ähm, mir ist total was Blödes passiert gestern, es tut mir echt leid und ich hab, weiß ich nicht, XY gemacht. Könnte ich, glaube ich, eher verzeihen, als so, so wirklich voll ins Gesicht anlügen. Aber das musst du für dich wissen. Aber ich hab das Gefühl, dass du da nicht so gut mit klarkommst, so, ne. Und denk bitte nicht, dass sich sowas in ein paar Wochen ändert und nur weil jemand sagt, dass das ändert, dass das ändert. Und, also, da würde ich nicht, und wenn du das Gefühl hast, du wartest nur, du wartest nur, dann ist es vielleicht die falsche Beziehung. In diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen. In diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen. In diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen. In diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen.